3, 2, 1 Immer nicht selber rauskommen, egal wo, ansonsten nahe zum Boss Geht alle bitte auf die Wurzel Jinx direkt auf, sollen alle sie Ach die werden gleich schnell, die Feuerdieber ist gleich zu blau Lele, Elvira und Lysira zu blau Zähle Dispel Perfekt, da ist raus, das ist super Hier was Frieden, wenn du kannst Was ist gerade noch ein Leidchen? Ne, wir haben 4, aber wir gehen auch einfach so, wenn keiner soft Ich tippen lassen, Achtung, ich tippen lassen, Achtung Komm zusammen, komm zusammen, zu blau, zu blau, zu blau Jetzt wird den halt auf dem Raid, wenn das es haupt Ich hab den blau, ich hab den ersten Mal an Ich hab den noch geholfen, ich hab den noch geholfen Ich war halt noch mit dem, ich hab den noch geholfen Ich kam halt nicht raus, was war, um den SG4 jetzt nicht mehr aus Auf einmal Komm Ich würde sagen, lasst euch der Zeit beim Anfang, aber das ganze muss wirklich schnell gehen. Also versucht es gleich zu optimieren. Die Summe ist, die Feder verschwindet nicht, wenn sie jemand einsammelt. Eintritt schon, aber nicht alle. Stimmt, noch alles. Es gibt noch alles im Test. Ich versuche, das Akte zu optimieren, so schnell wie geht. Das ist ein Plattformteil. Und jetzt... Du bist auf dem Maul, sehr gut, jetzt musst du noch herkommen. Aber wie sehe ich denn da? Sehr gut, alle da! Dich sieht's denn auch hier, meinem Mann? Erstmal! Wir waren ganz blau! Laht es mal! Die Lulele, Donkey! Ich sehe, das ist drin! Perfekt! Und dann wird's schon besser gegen keine Waffe Kommen die Heal-Debuffs Los, gut Braucht'n Tank was? Achso, ich nicht Ja, bei mir... Hier rät's jetzt aus Ungezähl Ich weiß Komisch Lieber was ausgelaufen ist bei dir von selber wieder Mary Ja Ja Ich würde sagen, das macht dann Sinn auf der nächsten Plattform auch in der Mitte zu starten, dann nach außen, dann einmal im Kreis, oder? Ja Weiß ich nicht Kann man, kann man bestimmt machen Ich hätte eventuell halt direkt außen angefangen, aber musste am Anfang direkt oben Was bleibt ja erstmal stehen für seinen Kass Versuchte einfach lebendig durch zu Verändert sich ist das gar nicht so einfach, weil ich ja nur schlecht bin, aber das... Was geht sich grad nicht aus? Was geht sich grad nicht aus? Ja 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 Ganz so schlimm ist es nicht, aber es lag schon auch spürbar Und die Leute raus aus dem Rand Ja 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 Und Ja 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 ob sie noch mal ready das bekommt sie blau damit die dinge ein ja und machst du mit dem blauen Heikens hat jetzt Master Spat, ich kann also 2 Minuten rufen. Ja, ich... das ist ja keine Anzeige, wer auch gut anhatte. Seena, kannst du mal nächstes Mal? Ich kann es rauszukommen. Halt den Tag. Du musst was auf jeden zweiten? Schau mal schon mal, okay. Tratschen. Roots kommen nochmal. Ich hab die Leute raus. Taimon Queen noch. Jetzt haben wir auch wieder bei Blau, also die Debuffs. Ragi, Elisirer, Nikido. Und du kannst den. Perfekt. Noch mal soaken, noch mal soaken, noch mal soaken. Haben keinen Tank mehr, also jetzt... Ja, Giga-Kite-Action, das ist so. Der Raschock-Action, diese Woche sag ich, wir schaffen das. Haut ihn weg. Nee, das ist jetzt auch noch, dass ein Baum durchgegangen. Ja, also... Trinkst, trinkst!